Hallo Mit was fängst du mal an China zu? Also, ja, nicht mit dem Katalivisator, aber mit Udi Einfach Goods und Hot of Cold oder was? Ja, irgendwie sowas mit 5 Pods, ne? Und was gibt's denn als erstes? Also den Stun? Ja, du kannst Phoenix Udi spielen oder du kannst Tiger Udi spielen Darf ich letztlich treffen? China zu was tust du da? Ich wär schon fast dahint Warum? So, mal gucken, ob ich das hinbekommen Ach, die ist halt rad Scheiße, seid ihr da? Was hast du jetzt geskillt? Äh, einmal Q, einmal B und einmal E Ja, okay Ja, okay Du, es reicht, wenn du einmal auf deine Tester Togo klopst Geiler Scan Von Weiger Denzen und Partner, Weiger Quatsch du für Mill, Alter Ja, der Typ von Lenzen und Partner hat auch so einen Schnaubarb Was ist Lenzen und Partner? Ja, das ist so eine, keine Ahnung Keine Ahnung, ich weiß nicht was das ist, aber ich guck's Bist du dumm, Alter, ich guck das nicht, aber... Nein, gar nicht Die haben Blitzcrank Die haben Blitzcrank Kannst du eventuell auch mal in deine Schnauze halten? Würde ich mal sagen Kannst du doch auch nicht? Kannst du mal so sagen? Ja, ja, ja Wir haben uns belauscht Was machst du, das ist uns geil? Hm Denk Ach, danke Oh Woll ich mich verarschen? Äh Dann lauf doch nicht hinten rein, ey, du Bob Dann lauf doch nicht hinten rein, ey, du Bob Was, fuck, falsches Item Fuck Weil das dann so dauert Stimmt, ich muss aber auf AD spielen Das sah aber cool aus Und Christellor hat disconnect Schon wieder Oh, fuck Oh, fuck Hehehehe, ist das lustig? Ich finde das sieht so geil aus Hehehehe Heißt du, was gibt Pult? Warum? Weil ich keiner leiden kann Weil ich keiner leiden kann Weil ich keiner leiden So einfach ist das Ob, wie doch bitte in den Busch So einfach ist das Ich bin sicher Ready Ready Was? 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 nur ausgibt nicht mehr nicht mehr ein stück hinten das wenn ich noch mal nicht sie bekommen unten steht Aber zwei Bobbys von uns sind schon gestorben Ach die beiden Oberbobbys sogar Stelle Mervet hat Ulti also ich würde nicht so aufeinander stehen Wer hat Ulti? Auch Mervet Was wasten die alles für mich? Ich weiß wenn die mit drauf geht die Bobbys alter Ich hab 4 Ulti doch mitgezogen also Ich fühl mich ja he 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 Nee eigentlich ja nicht Ja sieht aber so aus Da 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 Ah ist tot Okay Ah kein Minions mehr Ey Udi macht ja richtig Spaß Hm ich find's langweilig Vielleicht solltest du mal andere Champions spielen als sonst normal Heimatiger macht ja Spaß Udi macht ja Spaß Ja entschuldigung dass ich mir keine Bobbgems kau Bobgems Ich kaufe mir einfach immer irgendeinen Champ Der lustig aussieht Wofür kauft sich Dings bitte Äh Rüstung Der Mervite Damage Der Summoner hat sich verliebt Alter Alter Küsst du doch Alter, scheiß dann hier. Nice, kann da los, jump weiter. Ich hab nichts mehr. Komm zu mir. Nice. Das kam ein bisschen spät, das kommt zu mir. Alter, was ist los? Was? Du lecker. Ahnung. Die müssen einfach Trauer machen. Die machen kein Damage. Nein. Du stirbst, du, Bobby. Tue ich gar nichts. Ich könnte ja mal mehr in hier benutzen. Egal. Ach, die wollen mich doch verarschen. Ja, 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 ja. Hm, wer ist da schon wieder gestorben? Bob. Äh, sagt der, der 2-2 hat? Tja, wie weiß man da auf Assists gucken, du kleiner Bobby? Äh, auf Assists, alter, Assists, auf Assists gucken wir nur bei Supporter. Man kann ja auch sagen. Fuck, fuck, fuck. Ja, da sagt da nichts mehr der Bobby. Was soll ich was sagen, ich weiß relativ, dass ich im Recht bin. Irgendwie ja nicht. Im Recht? Das ist ein Spiel. Er ist im Recht Und? Was hat das damit zu tun? Was war das jetzt für ein Ulti? Was war das 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 für ein Ulti? Ich hab dich gerade schmatzen gehört, was ist Dark? Was war das für ein Ulti? Was war das für ein Ulti? xD xD warum kommen bei der Macht des Bären eigentlich Affen um ein rum, ist voll unsinnig was, was für Affen? ja hier, da kommen Affen um mich rum, irgendwie so boah, das ist gut der Luxus. Muss ein Affen? ja, diese pinken Affen, die da hier, die zu gelb und rot das soll ein Affen sein das soll das keine Affen sein? keine Ahnung, das sieht aus wie Affen ich sehe da jetzt keine Affen, aber das sind halt deine Anhänger, was erwartest du? ich sie gesaved habe verkackt halt Master Duo hat er Magie Resistanz? ich habe gerade alle Healdinger, Healdinger weggenommen cool ich kann meine Maus nicht bewegen scheiße ja, klar, klar, klar das ist jetzt in der Maus, das geht gar nicht mehr weißt du dich das, Alter? krass 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 krass, kommst du mal zurück oder so? wo soll ich denn hinlaufen? zu mir? ich wäre nicht weggekommen du Bobby dann chase ihn nicht dann chase ihn nicht ich was? ich war instant tot, weil er mich von da nach da geschleudert hat Alter, du bist doch gerade erst gestorben ja aber wenn ich wieder zu denen gelaufen wäre, wäre ich instant tot gewesen Alter, du schlaberst so viel scheiße? ich war instant tot, ja, du warst auch instant tot er, er sagt ich laber scheiße, Alter, das ist ja auch lustig ist ja über Bobby ja okay du Der Luke ist immer noch mit zwei, eines der Boots Wie fett ist das denn da? Ja, und? Nur weil er da steht? Wie sie instantan auf ihn rau, ihr seid so lächerlich, ihr seid so jämmerlich, ey Als ob du das nicht gemacht hättest Kein Fund eh Kein Fund Ja, hab ich gesagt Nehmen Kein Funken My god, sprach ich da Glückwunsch!